In der modernen Welt sind wir alle von Daten umgeben. Was wir auch tun, wenn wir zum Beispiel Smartphones verwenden, wenn wir einkaufen gehen oder uns auch generell einfach nur bewegen. Wir produzieren Daten, die viel über uns und unser Verhalten aussagen. Durch die Digitalisierung werden Daten zum wichtigsten Gut der Unternehmen. Kunden erwarten eine individuelle Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen und vielfältige Möglichkeiten, diese zu nutzen. Wollen Unternehmen im digitalen Wettbewerb bestehen, müssen sie ihre Prozesse effizienter gestalten, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Über jeden von uns werden viele Daten gesammelt, sind zerstreut, in verschiedensten Formen verfügbar, aber nicht immer leicht zusammenzubringen und zu verarbeiten. Der Data Analyst nutzt diese Möglichkeit, nimmt die Daten, fügt sie zusammen, sortiert sie, und baut daraus ein ganzes Datengerüst auf, das für weitere Analysen verwendet werden kann. Lernen Sie in unseren praxisnahen Seminaren, wie Daten aufbereitet und für nachfolgende Prozesse nutzbar gemacht werden. Wie Sie mit Hilfe von maschinellen Lernen und künstlicher Intelligenz Trends ermitteln und Vorhersagen treffen. Kreative Anwendung von Visualisierungswerkzeugen, um Daten verständlich darzustellen und die Automatisierung von Datenprozessen und Berichten. Nutzen Sie die Chance, Ihren Umgang mit Daten zu verbessern und besuchen Sie unseren Zertifikatslehrgang Data Analyst. Datenbanken zu erstellen, Daten zu planen, Vorhersagen zu treffen für sich wie Ihr Unternehmen, ist das Ziel dieses Lehrern. Melden Sie sich für weitere Informationen gerne bei Ihrer IHK.